Zu ihrem 30. Geburtstag gab es ein seltenes Bild auf Rebecca Meers Instagram-Account einen Tag vor Heiligabend feierte Model und Moderatorin Rebecca Meer ihren 30. Geburtstag. Zu diesem Anlass gewährte sie einen Blick auf ihren im April geborenen Sohn. 30. Und das schönste Geschenk habe ich bereits bekommen, schreibt sie zu dem Foto, das auch ihr Mann Massimo Sinato auf seinem Account veröffentlichte. Wir wünschen der kleinen Familie ein frohes Fest und sind gespannt, ob Massimo 2022 wieder bei Leadsdames antritt. 2021 setzte er wegen des Nachwuchses aus. 2021 setzte er wegen des Nachwuchs.